Oh, ich bin so nervös! Wie viele Leute haben die jetzt? Ja, elf. Immer elf. Entschuldigung. Wer rastet aus? Ich bin voll konzentriert. Er rastet aus. Nur der oberste Ball eigentlich nicht schön. Ich bin voll konzentriert. Oh, schade. Rückwärtsgang. Vorsicht. Es ist gut gespielt, es ist gut gespielt. Es ist gut gespielt. Boah, boah. Boah. Oh ne, wir sind jetzt nicht langsam. Leck mich am Arsch, ey. Oh, nix können die, nix können die. Ja, jetzt nicht übermütig werden. Oh, nix können. In der Falle läuft da gar nix. Ich glaub, die hat aber auch keine ansteigenden Bälle. Weil der Ball besitzt. 61 zu 39%. Hau dir das einfach drauf. Oh. 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 der Runde hat aufgelöstet, der Verteidiger. Wieso hält der Trauer nicht? So, wie du auch? Konzentrieren Jungs jetzt. 19 Minuten noch. Genau wie weiterspielen. Oh, da haben wir ja ganz schön dickes Glück, dass der Idiot da unten steht, ne? So, jetzt so spielen wie... jetzt Schweizer so spielen. Ich hab' erstmal schön gescht gemacht. Jawoll, lass mich fein! Lass mich fein! Lass mich fein! Lass mich fein! Okay, da sieht er einen. Ist gut, ist gut. Ja! Ja! Sauber! Ja, Mann! Sauber, Jungs! Oh, ist das herrlich geil! Sauber! Auf geht's! Wohin denn? Nach hinten, ja. Nach hinten, mehr? Ja, so ein Fünfer-Eck. Hinten. Auf geht's! Boah! Nein! Oh, nein! Oh! 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 Hinten! Hinten hier einen Jungen dringt. Motorrad. Oder Marc? Dauer! Schön. Schick, schick! Nein! Doch, 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 doch! Oh! Kamerafernvideos verzählt! Wir kommen's alleine machen! Nein! Schade! Sorry, Jungs, sorry! auch schade Egal, wieder die Null Schöner Schweizen-Tor Schick, Schick Komm, 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 komm Hol was raus Komm mal rein Oh, das gibt's nicht Schick, ich will der Ball jetzt noch mal Schön, das ist schön wichtig Ich glaub, ich war in den beiden Spielen, ich war in den Strafraum Fuck, ey, Mann Das war unser Ball Ich, die Flanke wieder hoch rein, ne? Mach einfach mal nach vorne, oder? Nee, ich flanke jetzt, geh immer weiter rein, geh immer weiter rein, du auf, Simon Komm mal, pass auf auf, einfach auf, ne? Ja, das stimmt, man Geh, 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 geh Warte, die Flanke Wie gehe ich das denn? Wie kann ich das denn? Sauber, Simon Wie geht das denn? Schon wieder so ein Scheiß-Tor, ne? Einfach lang rein. Aber danach super gemacht, ey. Ja. Hast natürlich auch Glück, dass der Ball so geil hoch springt, ne? Ja, aber komm. Fuck einen drauf, wie der reingekommen ist. Hauptsache, er bin reingemacht. Gut Torwart. Ja. Ey, zwei drücken. Das muss er sein. Die Mauten kommt schon in den Hinten. Luke Lombi kommt der Weg mit einer Scheiße. Jawoll! Ja! Ja! Ey, wie können wir die beiden Spiele gewinnen? Das weiß aber auch kein Mensch, ne? Aber... Raoul, ab da steht, ne? Die hatten keine große Chance. Los, Jungs! Wäre schon knapp 37. Ist auch so. Jawoll! Ey, jetzt! Jury! Ey, wer das kein Foul ist, ne? Der war ja so hart von Klaas. Der hat mich ja so einfach unten gehauen. So ein Scheiße! Egal, Jungs! Guck hoch! Oh! Los geht's Was geht's? Mach du Schau da Jaa, dann Andei Das Team 131 und so ne Show hat es Team 131. Das Richter ist. Fuck you! Fuck you!